Herzlich willkommen zum Gemüsefun-Podcast und auch heute an meiner Seite der gute alte Tomate, um mit mir den Wahl-O-Mat 2024 für Sachsen zu machen, wo ja die Landtagswollen anstehen. Und deswegen, hallo Tomate! Jo, hallo Arti, hallo jenes Gemüse. Genau, wir haben ja schon einige Wahl-O-Maten gemacht, jetzt ist der für Sachsen dran, für unser Heimatbundesland. Ich bin schon ganz gespannt. Wir sind ja de facto Veteranen. Ja, wir kennen uns jetzt aus mit Wahl-O-Maten. Und das Erste, was wir natürlich immer machen, wenn wir so einen Wahl-O-Mat sehen, wir scrollen mal ganz runter und schauen, von wem das ganze Ding stammt. Scheiße. Folge dem Geld. Folge dem Geld. Ja, also wir haben hier sehr viele Mainstream-Medien, alle vornehmlich links. Der Spiegel, Wels, naja, mit Abstrichen, ZDF, T-Online, Fokus, 1&1, R&D, FHZ. Ohne Abstriche. Ja, ja, das hat sowieso ohne Abstriche. Da gespiegelt, ohne Abstriche. Kompakt ist hier nicht dabei. Was ist da passiert? Aber gut, mal schauen, was uns ja die Bundeszentrale für buddliche Bildung kredenzt hat an Themen. Richtig. Und den der Sachse sozusagen seine, ja, Wahlentscheidung festmacht, Feuer frei. So, in Sachsen soll auch nach 2038, oh Gott, das will noch Braunkohle abgebaut werden. Ja, klar. Also wenn es da für einen Markt gibt, warum sollte man das nicht machen? Ja. Also ich bin gegen irgendwelche Bestimmungen, Eindrücken in den Markt. Also natürlich muss es das geben, aber so wenig wie möglich. Und Klima ist natürlich so gar nicht mein Thema. Ich meine, China, die bauen jeden Tag irgendwie ein neues Kraftwerk. Zumal, also man muss ja wirklich sagen, Deutschland hat es mittlerweile mit der Genaturierung gut raus. Also diese riesigen Tagebauflächen werden ja dann wieder schön aufgehüpft. Es ist ja nicht so, dass das dann einfach brach liegt und wo sich hingammelt. Also ja. Ja. Gut, weiter. Bei den Wahlen zum Sächsischen Landtag sollen Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen. Oh, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also ich finde ja nicht mal 18-Jährige sollen wählen dürfen. Niemand sollte, ja, okay. Also ich musste halt lachen, weil das ist immer so eine Frage, die wir pauschal mit Nein beantworten. Aber die Europawahl hat ja uns eines Besseren belehrt, ne? Ja. Äh, trotzdem würde ich sagen, äh, nein. Trotzdem einfach nein. Punkt. Also einfach, weil du mit 16, ähm, wie soll ich das nicht ausdrücken, dumm bist. Ja, so ist es. Das Gehirn ist erst ab 25 richtig ausgewählt. Ja. Mit 16 bist du dumm, ja. Wir sind über 16, deswegen dürfen wir das sagen. Äh, genau, ich stimme nicht zu. Lachsen soll sich für den Ausbau der Autobahn A4 zwischen Gürlitz und Dresden einsetzen. Äh, ich stimme tatsächlich zu. Ich bin zwar nicht in der Materie drin, aber ich kenne die Autobahn so ein bisschen. Es wäre schon sinnvoll. Ich verstehe schon. Als Rechter liest man Autobahnen und sagt, ja, Autobahn so aussehen. Ja, wegen mir stimmt zu. Es ist tatsächlich gar nicht mein Thema. Ich kenne die Strecke auch nicht. Die ist halt zweisporig und es wäre gut, wenn es dreisporig ist. Okay. Sachsen soll sich dafür einsetzen, dass Deutschland weiterhin Waffen an die Ukraine liefert. Ja, hartes Nein von mir. Hartes Willen, ja. Hartes Nein. Also, weil wir befeuern ja damit nur den Krieg. Vor allem wir als Sachsen, ja gut, ist eh die Frage, wie können wir uns da einsetzen. Wir stehen da zwischen den Mächten, vor allem einfach an den USA. Wir können ja nicht mal unsere eigene Pipeline schützen. Ja, ich meine, du kannst ja trotzdem schon so ein bisschen insistieren hier. Äh, nee und so, aber... Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube nicht, dass Sachsen irgendwie den Bundeskanzler trumpft an der Stelle. Ja. Äh, stimme nicht so genau. An den Schulen des Freistaats sollen weiterhin Kopfnoten, in Klammern, betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung, Klammer zu, vergeben werden. Interessantes Thema. Ah. Also, ich bin prinzipiell tatsächlich dafür, aber es ist absolut für mich kein so scheinendes Thema. Ja, deswegen schlage ich vor, wir machen mal neutral. Ja. Äh, damit wir nicht alles auf Stimme zuwerten. Ja. Mehr Krankenhäuser sollen in öffentlicher Trägerschaft sein. Ah, da bin ich, weiß ich jetzt auch gar nicht so richtig öffentliche Trägerschaft, was da jetzt der Vorurteil, Nachteil wäre gegenüber Privatisierung. Äh, also ich stimme zu. Ich würde deswegen neutral machen. Du stimmst zu? Ja. Also, weil wenn, wenn Krankenhäuser in privater Hand sind, dann, äh, werden die halt auch wie in Betrieb geführt. Und das finde ich halt scheiße beim Thema Gesundheit. Alles klar. Dann machen wir Stimmen zu. Los geht's. Oh, unerwartet rasch? Nee, ach klar, klar. Ich meine, darüber kann man ja wirklich diskutieren. Nee, ich habe dazu halt einfach gar keine Meinung. Deswegen zählt halt hier deine. Okay. An den sächsischen Grenzen zu den europäischen Nachbarstaaten sollen weiterhin Personenkontrollen stattfinden. Ja, nicht nur das. Da sollen Personenkontrollen stattfinden und sollen auch welche weggeschickt werden. Da soll eine wunderschöne Mauer stehen. Ja, das, ja. Deswegen ist die Frage, was sagt man jetzt hier? Also, es ist ja schön, dass die Kontrollen da sind, aber wenn da nichts passiert und die einfach trotzdem reinkommen, sind die nutzlos. Aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, ich stimme nicht zu, würde hier bedeuten, noch laxeres Einkommensding. Sorry. Noch laxeres Einkommen. Reinkommen, ja. Nicht Einkommen. Ja. Ja, ich stimme zu. Und von der Worte aus, stimme zu. Hast recht, hast recht. Sachsen soll sich dafür einsetzen, dass wieder eine Vermögenssteuer erhoben wird. Bloß nicht. Ei, bloß nicht. Wir haben tausend Steuern und Vermögenssteuern finde ich auch sowas von assi, weil da zahlst du ja, auf das Geld, was eh schon besteuert wird, nämlich durch die Einkommenssteuer, nochmal eine Steuer, einfach nur, weil du es hast. Also Vermögenssteuer ist wirklich das größte asoziale Ding, finde ich, was es überhaupt gibt. Wenn du jetzt selber dir ein Vermögen ansparen willst, weil du zum Beispiel ein Haus dir irgendwann leisten willst oder deine Rente oder irgendwas, dann wirst du darauf nochmal besteuert. Das ist einfach nur asozial. Stimme nicht zu. Da bin ich tatsächlich der Sozi unter uns. Alter. Ich finde es nicht so schlimm, weil... Da wirst du doch doppelt und dreifach besteuert. Naja, also zum einen, lustiger Funfact, die CDU hat es nach meinem Wissen abgeschafft. Also nicht mal die SPD, die scheiß CDU hat es abgeschafft. Wobei, halt, das ergibt Sinn, aber... Ja, das ergibt irgendwie Sinn, ne? Es ist noch gar nicht so skandalös. Äh, oder war es doch die SPD? Ich glaube, es war so eine SPD. Aber egal, ähm... Ja, der Punkt ist, du kannst ja gewisse Grenzen festlegen, ab wann die Vermögenssteuer überhaupt erhoben wird. Also jetzt bei deinem Beispiel mit dem Haus, wenn du sagst... Wozu willst du denn noch eine Steuer einführen? Nein, 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 nein. Also gegen Steuern. Einfach um den sozialen Frieden zu wahren. War jetzt so meine... Damit wir noch mehr Geld an Ausländer rauskloppen können, oder was? Ja gut, das ist jetzt wieder die andere Sache, wofür das Geld verwendet wird, weißt du? Ja, aber nur weil du jetzt hier angibst, ja, Vermögenssteuer will ich, da heißt es ja noch lange nicht, dass es auch heißt, äh, grenzendicht und so. Also... Ja gut, das ist ja wieder der andere Hebel. Ich plädiere hier sowas von hart für Stimme nicht zu. So hart noch habe ich noch nie plädiert. Also in einer perfekten Welt mit zuen Grenzen fände ich es nicht schlecht, wenn Leute, die sich zehn Jahre Häuser leisten können, weißt du? Äh, sagen hier, ein bisschen um die, um die Suppenküchen zu finanzieren, gibt's halt, weißt du? Aber ja, 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 okay, okay, okay. Bitte, nein. Nein, 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 nein. Wir müssen erst das eine. Ja. Hm, so, äh, wer ist dran? Scheiße. Du, du bist immer bei den Ungeraden. Äh. In den sächsischen Lehrplänen soll die Beschäftigung mit der SED-Diktatur stärker berücksichtigt werden. Hm, boah, interessant. Also, mehr als dieses ganze Hitlergedöns, das wäre mal interessanter gewesen. Vor allem, weil, äh, interessant wäre auch, es könnte jetzt die Jugendlichen vielleicht auch ein bisschen auf den Trichter bringen, dass auch Kommunismus ganz schön scheiße sein kann. Also Sozialismus. Ja, okay, ich meine, aus der Frage ergibt sich ja, dass es bis jetzt, äh, irgendwie berücksichtigt wird. Ja. Und es ist halt auch nicht so der Hügel, auf dem ich sterben will, wäre mir völlig wurscht. Also gerne, gerne mehr. Mach mal vielleicht Stimme zu. Ja. Ja. Mehr SED, weniger Hitler. Let's go. Sächsische Hofschulen sollen stärker mit privaten Unternehmen zusammenarbeiten. Boah. Also, da bin ich weder noch. Das hat bestimmt was Gutes für sich, hat aber auch was Schlechtes. Von wegen, ich meine, Hochschulen sollen ja nun mal Freiheit der Wissenschaft, äh, Unabhängigkeit nicht mit der Wirtschaft so krass zusammen sein. Auf der anderen Seite könnte es natürlich Vorteile bringen für die Studenten, dass die eher noch einen Job finden. Ich bin hier völlig neutral. Also, wie gesagt, aus der Frage wieder mal ergibt sich, äh, es findet eine Kooperation statt anscheinend. Es ist nicht verboten. Ja. Und dann ist es okay. Ja. Die Frage ist halt jetzt hier stärker, wie ist es jetzt, ja, deswegen neutral. Ja. So, in Sachsen sollen weitere Windkraftanlagen gebaut werden. Mal eine Konsensfrage. Auch ich. Ja, sag du erstmal. Äh, ablehnen. Ich bin, ja, doch, doch auch ablehnen. Ja, weißt du was, ich meine, die Scheiße bringt nichts. Ja. Ich bin gar nicht so hart ablehnen, wie wahrscheinlich andere Richter. Aber, ja, komm, mach, stimme nicht zu. Okay. So, Sachsen soll die Begrenzung der Neuverschuldung, in Klammern Schuldenbremse, einhalten? Hm, ja, natürlich. Neue Schulden brauchen wir nicht. Also, ich finde, ich finde schon irgendwo, dass ein Land eigentlich wie ein Haushalt geführt werden soll. Vielleicht ist es naiv, aber ich meine, Geld, was man nicht hat, sollte man nicht ausgeben. Gut, auf der anderen Seite kann man sagen, die anderen Länder machen das ja aber auch und man tut sich selber dann irgendwo einen Vorteil verwehren, wenn man sich, wenn man da nicht mitmacht, weißt du? Ja, es ist wieder dieser MMT-Ansatz, druck doch einfach mehr Geld sinngemäß. Ja, aber dann hast du ja Inflation. Das ist virtuell und die Inflation wird eh abgefangen und bla 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 durch das Wachstum. Ich halte davon auch gar nichts. Mhm. Also, ich bin auch für Stimme zu, tatsächlich, ja. Ja, dann machen wir mal Stimme zu. Oh Gott, wieso muss ich immer die Geiste vorlesen? Ja, die langsam. Okay, sächsische Schwulen sollen geschlechtliche Vielfalt mit Sonderzeichen in Klammern, zum Beispiel Sternchen, Unterstrich oder Doppelpunkt, Klammer zu, sprachlich abbilden dürfen. Harte Ablehnung von mir, weil das ist ein Unterricht zu Schreibfehlern. Ich meine, mittlerweile hat es das Duden-Komitee oder, nee, es ist das Komitee der Rechtschreibung, irgendetwas, es ist nicht von Duden. Die haben es selber schon festgelegt, es ist tatsächlich ein Rechtschreibfehler, wenn du ein Sternchen oder so einbaust in ein Wort. Ja, ich finde es halt ein relativ schwaches Argument dafür, weil wenn der Duden morgen sagt, Gendersprache cool, was dann, ne? Ja, mit irgendwelchen Gremien argumentieren, das ist immer scheiße. Jedenfalls, ich stimme der Argumentation halt dazu von diesem Rat. Es ist halt eine Anleitung zum Falschschreiben und ganz abgesehen davon, dass ich ideologisch natürlich das völlig ablehne, also ich sage, ich stimme nicht zu. Also wir sind mal demokratisch und folgen der Mehrheitsmeinung zu über 80 Prozent und sagen, nein. Richtig. Dann, die Mietpreisbremse in Leipzig und Dresden soll abgeschafft werden. Wusstest du, dass es eine gibt? Also davon merke ich wenig. Also die Mietpreise in Dresden sind schon hart. Also wenn man sich jetzt neu was sucht, deswegen soll abgeschafft werden. Nein, die soll nicht abgeschafft werden, die soll behalten werden, meiner Meinung nach. Was, die soll? Ne, die soll nicht abgeschafft werden. Stimme nicht zu. Die soll nicht abgeschafft werden, ja? Ja, natürlich, ich will nicht, dass sie abgeschafft wird. Aber wenn du sie nicht mal merkst? Ja, weil sie noch zu schwach ist, meine ich. Also nochmal, mein Punkt ist vielleicht nicht ganz klar geworden. Ich finde die Preise, trotz Mietpreisbremse, sind die Preise der Miete in Dresden schon sehr krass. Und ich weiß das ja selber, weil die Wohnung meiner Größe, die kostet so und so viel Euro. Und wenn ich eine selbe Wohnung jetzt heute holen würde in Dresden, auch wieder Einraumwohnung, wie ich aktuell wohne, dann würde ich da 100, dicke, eher 200 Euro mehr zahlen am selben Standort. Und da haben wir ja schon eine Mietpreisbremse. Und wenn wir die nicht hätten, wäre es dann noch absurder. Also ich bin tatsächlich, ich bin halt nicht so ein krasser Libertärer, der sagt, ja, oder FDPler, Markt, 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 der regelt das. Nee, der Staat darf auch ruhig ab und zu mal eingreifen, wie gesagt, nicht zu hart. Aber hier sage ich, die Mietpreise sollen erhalten bleiben, also die sollen nicht abgeschafft werden. Okay, das ist wirklich interessant, weil für mich ist das so ein absolut bürokratisches Konstrukt, ehrlich gesagt. Aha. Ich merke schon, bei Thema Wirtschaft sind wir völlig auseinander. Oh, jetzt vorn schon bei der Vermögensstour. Gruselig. Das war der letzte Podcast. Ja, das war die letzte Folge. Also, ja, Zuschauer, wenn ihr Lust habt auf ein Podcast-Format mit Tomate, dann meldet euch. Dann denkt euch einen Gemüsenamen aus und los geht's, ja. Ja. Der Lauch und Olive ist schon vergeben. Was machen wir jetzt hier? Neutral, stimme nicht zu. Dann machen wir neutral, dann machen wir neutral. Okay. Alle sächsischen, oh Gott, das will, okay, scheiß drauf. Alle sächsischen Polizisten sollen im Rahmen von verpflichteten Vorbildungen gegen Rassismus sensibilisiert werden müssen. Alter, alter. Wunderhübscher Satz. Natürlich stimme nicht zu. Ja. Aber sie haben ein Vikings-Degender, das ist wichtig. Ja, auf jeden, auf jeden. Pflegebedürftige Personen sollen vom Freistaat finanziell unterstützt werden. Klammern Landespflegegeld. Hast du schon mal da von was gehört, von dieser Initiative? Nee, also, ah, ich tue mich hier ein bisschen schwer tatsächlich. Also da bin ich wieder vorsichtig bei. Ich meine, wir haben doch an sich schon Pflegegeld. Warum brauchst du jetzt hier noch ein extra Landespflegegeld vom Staat Sachsen? Hm, ich würde sagen, mal Pflege halt arschteuer. Also du legst ja locker mal als Angehöriger 3.000 bis 5.000 Euro hin pro Monat. Ja, ja, aber ist die Pflege gerade in Sachsen teurer als in anderen Bundesländern? Warum wird dann die bundesweite Pflege erhöht? Na gut, da kann jetzt natürlich die sächsische Regierung nichts dran ändern, das stimmt schon. Ich tue mich hier ein bisschen schwer, was meinst du? Ich bin tatsächlich dafür, weil es den, sagen wir mal, den Sachsen zugutekommt. Weißt du? Also das ist nicht so eine Feuer für Timbuktu, die irgendwo hinfließt, sondern, ja. Ich verstehe deinen Punkt sehr gut. Na klar, weil die, die davon was haben würden, wären natürlich unsere älteren Deutschen, weil unter der älteren Bevölkerung ist der Anteil an Ausländern natürlich extrem gering. Oder ist für uns sehr gering. Okay, dann stimme zu, finde ich gut. So, der Freistaat soll sich dafür einsetzen, dass gentechnisch veränderte Pflanzen in Sachsen angebaut werden dürfen. Nein. Ah, ich könnte tatsächlich mir vorstellen, stimme zu. Das Ding ist halt wieder da. Das hatten wir schon mal die Frage, ne? Ja, das Problem ist, ich weiß darüber zu wenig. Ich meine, wenn du jetzt kommst, gentechnisch verändert, letztlich ist die normale Tomate, die du im Supermarkt kriegst, schon gentechnisch verändert. Weil, hast du mal eine ursprüngliche Tomate gesehen? Ich habe eine ursprüngliche Banane gesehen. Gut, jetzt kann man sagen, naja, das eine ist ja Züchtung, das andere ist gentechnisch verändert. Ich weiß darüber zu wenig, gebe ich hier offen zu. Machen wir vielleicht mal neutral, oder? An Feier- und Gedenktagen wie Karfreitag und Volkstrauertag sollen Tanzveranstaltungen weiterhin verboten sein. Boah. Warte, ich stimme zu. Ja, komm, stimme zu. Und nicht, weil ich irgendwie großreligiös unterwegs bin, aber einfach so diese Vorstellung, dass du es nicht mal schaffst, an diesen zwei Tagen die Füße stillzuhalten. Ja. Wie schlecht musst du sein? Ja. Du kannst ja in deinen eigenen vier Wänden immer noch rumtanzen, wie du möchtest. Aber so, also, es ist ja immer so dieses Jahr, Vielfalt und Toleranz und so, aber bei sowas ist dann die Toleranz null, ne? Mhm, ja. Okay, dann stimme zu. Oh, der öffentliche Personennahverkehr soll in Sachsen für alle entgeltfrei sein. Boah. Alter. Ich meine, wir haben das 49-Euro-Ticket, ne? Nee, also das, da stimme ich tatsächlich nicht zu, also das wird ja noch krasser, also dann, das ist wieder so eine linke Forderung, Geld an alle verschenken, also. Das ist aber utopisch, also, ich sag nein. Utopisch ist es nicht, das fickt halt dann alle, die mit dem Auto fahren, ne? Ja. Die dürfen dann das wieder finanzieren für alle anderen, ne? Das Ding ist, wir könnten das machen, wenn wir an ganz anderen Stellen einsparen, namentlich an der ganzen Migration, dann können wir das gerne machen. Aber bis dahin, sag ich nein. Mhm. Ich meine, sowas wie in Tschechien war das, wenn du, boah, lass mich lügen, 70 bist, dann darfst du kostenlos den ÖVP benutzen und so. Das finde ich sehr sympathisch, aber wie du sagst, so wie es jetzt ist, ne. Ja, ja. So, Förderschulen in Sachsen sollen erhalten bleiben. Ich stimme zu, ich bin für das getrennte Schulsystem. Ja. Weil davon haben alle was, die, die gefördert werden und die anderen, die nicht gefördert werden müssen und halt am Gymnasium jetzt zum Beispiel beste Leistungen erbringen können. Die werden nicht gebremst. Deswegen, ja. Die werden nicht gebremst. Die Behindis, die merken, dass sie der Bremskloss sind, fühlen sich nicht scheiße. Richtig. Sondern sie sind in ihrer Schule, wo sie Volksverhältnisse haben. Genau. Also Förderschulen sollen auf sein. Ja. So, die Grunderwerbssteuer für selbst genutzten Wohnraum soll gesenkt werden. Was sind das für Fragen hier, Alter? Grunderwerbssteuer? Prinzipiell, ja. Mhm, mhm, mhm. Steuern runter immer gut. Ja. Ja, komm, steuern runter, ja, los. Also, was mir bis jetzt auffällt, irgendwie keine Corona-Frage? Na, Corona ist ja vorbei. Sind nicht mal so eine Aufarbeitungsfrage oder irgend sowas? Äh, vielleicht kommt das noch am Ende, aber das gibt's ja eigentlich nur eine Partei, die so will. Na gut, weiter. Für Führungspositionen in sächsischen Staatsbetrieben soll es eine Frauenquote geben. Alter, hartes dagegen. Hartes dagegen. Du kriegst immer die leichten Fragen hier. Es ist ja eh schon so krass. Ich weiß das, weil ich selber eine Zeit lang im öffentlichen Dienst gearbeitet habe. In jeder Scheiß-Stellenausschreibung steht, bei gleicher Qualifikation wird eine Frau bevorzugt, durchsicht und so weiter. Jetzt noch mit Führungspositionen. Also, nee, 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 nee. Das sind die Filetstücken jetzt hier. Also, ja, stimmt nicht zu. Ja, stimmt nicht zu. Oh, die Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen soll ausgeweitet werden. Bin ich tatsächlich dagegen? Ja, ich auch. Also, weil sowas verhindert kein Verbrechen. Auf jeden. Und das wird nur missbraucht. Also, wenn dir ein Talerhohn das Messer zeigen möchte, dann macht er das. Der scheißt ja auf die Kamera. Der scheißt auf alles, ja. Stimme nicht zu. Ein Talerhohn. So, okay. Der Freistaat soll das Förderprogramm Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz beenden. Ja, er soll es beenden. Stimme zu. Also, wie jemand einfach so den Titel liest und sagt, nee. Ja, ja. Ich habe schon Weltoffen gelesen, nur als die Frage rüberkam und dachte, ja, abschaffen. Soll zu sein. Stimme zu soll zu sein, ja. Interessenvertreter, die Zugang zum Landtag haben, müssen in einer öffentlichen Liste in Klammern Lobbyregister erfasst werden. Ja. Ja. Definitiv. Transparenz ist doch super. Vor allem in der Politik. Stimme zu. Also, jetzt haben wir 90% Piratenpartei am Ende. Alle Geflüchteten sollen Zugang zu gebührenfreien Deutschkursen erhalten. Ist das jetzt nicht der Status Quo? Weiß ich gar nicht. Nee, da haben die ja nur noch mehr Anreize, sicher zu bleiben und alles. Ja, aber ist das nicht der Status Quo? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall soll das nicht so sein. Also, weil, angenommen, der kostet jetzt 10 Euro, dieser Deutschkurs. Ja? Ja. Diese sogenannten Flüchtlinge, wo haben die die 10 Euro her? Ach ja, von uns. Wahrscheinlich müssen die da, vielleicht müssen die das von ihrem eigenen Taschengeld bezahlen, aber wo das Taschengeld herkommt, ist ja klar, nämlich von uns. Also, das ist eh Schwachsinn. Also, stimme nicht so. So, jetzt habe ich ja mein Mikro über so rumgeschrottet. So, an den Hochschulen des Freistaats soll ich für militärische Zwecke geforscht werden dürfen. Ganz ehrlich, ja. Also, wenn ich mir so die Historie der Forschung anschaue, war es immer so, da wurde irgendwas fürs Militär erforscht und dann ist irgendwas runtergefallen für die nicht-militärische Gesellschaft, beispielsweise das Internet. Mhm. Deswegen. Mhm. Was soll schon passieren? Andere probieren ja auch. Ja, das ist schwierig, schwierig. Also, ach, weißt du was, Forschung ist Forschung. Ich sage ja. Also, wenn man an etwas forscht, heißt das ja noch nicht, dass man dann gleich Krieger wird und anzettelt. Ja. Ja. Arbeitnehmer sollen einen gesetzlichen Anspruch haben, sich für Weiterbildung freistellen zu lassen. In Klammern Bildungsurlaub. Boah. Boah. Also, als Arbeitnehmer fände ich es natürlich schön. Ja. Das ist auch wieder so ein Nicht-Problem. Ganz ehrlich. Auf jeden. Ich würde mal sagen, stimme nicht zu sogar. Ja? Ich stelle mir das zu krass für die Unternehmen vor. Ich meine, du hast es eh schon schwierig in Deutschland, finde ich, ein Unternehmen zu führen. Auch mit Mindestlohn und Pipapo. Und, also, du hast schon sehr, sehr hohe Privilegien als Arbeitnehmer, finde ich. Okay. Deswegen, ich finde, das brauchst du nicht auch noch. Okay, na gut, machen wir das mal. So. Ach je. Schwangerschaftsabbrüche sollen weiterhin nur nach verpflichtender Beratung möglich sein. Das sind wir wieder beim Thema von der letzten Aufnahme. Ich finde gut. Stimme zu. Ja, bin ich auch dafür. Soll eine Beratung geben. Ja. Das Sächsische Landesamt für Verhörsungsschutz soll gestärkt werden. Ja, das soll abgeschafft werden. Stimme nicht zu. Logisch. Super. So. Sachsen sollen mehr Mittel für die Qualifizierung von Langzeitarbeitlosen bereitstellen. Was heißt jetzt Qualifizierung? Ja. Wahrscheinlich irgendwelche Ein-Euro-Jobs. Nächste Excel-Wort-Maßnahmen oder was? Auf jeden. So was wird es sein. So was wird es sein. Ich finde es schöner, wenn Sachsen diese Langzeitarbeitlosen für irgendwelche Arbeiten verpflichtet, wie halt den Parkinstand, also Amt für Stadtgrün oder sowas, weißt du? Und das wäre ja keine Qualifizierung. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, stimme nicht zu. Ich würde neutral handeln, tatsächlich. Wegen mir neutral. Wegen mir neutral. Das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung soll verpflichtend sein. Nee. Nee, nee, nee. Also da bin ich hart dagegen. Ich meine, man soll schon die Hoheit über seine eigenen Kinder haben. Ich meine, eigentlich kann man darüber diskutieren, dass es krass ist, dass man verpflichtet ist, in unserem Land sein Kind zur Schule zu schicken. Und ich meine, das Schlimmste war, wir haben das ja gesehen in der ganzen Corona-Zeit, was die Kinder dort ausgesetzt waren. Hätten wir hier Homeschooling in größerem Maße, dann hätte man das nicht. Also dann hätte man seine eigenen Kinder davon ersparen können, weißt du? Und dann noch hier Kita. Und weißt du, was in der Kita abgeht heutzutage? Julian ist eine Mähenfrau, Trans-Öbruik wie hier und da. Also ich sehe da überhaupt keine Not für. Ja, ich bin da so ein bisschen ziehgespalten. Also gerade die Julian ist meine Mähenfrau-Beispiele sind natürlich äußerst abschreckend. Aber andererseits ist das die letzte Chance für das Kind sozusagen, bevor es ernst wird in Anführungszeichen für die Schule oder mit der Schule, soziale Kontakte einfach so zu knüpfen. Ja, aber in der Schule knüpfst du doch genauso soziale Kontakte. Ob ich jetzt die Kontakte in der ersten Klasse knüpfe, was auch schon sehr, sehr wie Spielen ist, oder halt davor im Kindergarten, ich sehe da überhaupt nicht den Unterschied. Also das ist für mich kein Argument. Ich habe nochmal, ja, du hast recht. Ich habe da nochmal so durchdacht, so schlussendlich, ja, doch, doch. Also das eine Jahr tut den Prater jetzt auch nicht fett machen. Also stimme nicht zu. Gut. So, dass 5G-Mobilfunknetz so schnellstmöglich ausgebaut werden. Also ich habe da nichts gegen. Ich bin jetzt auch kein Anhänger von dieser 5G-Theorie. Halte ich tatsächlich für Quatsch. Ja, Ausbau von Technik. Ich meine, wir haben ja eh auch Probleme mit Internet und sowieso. Und das könnte auch auf dem Land gut dienlich sein. Ich stürme mich an dem schnellstmöglich, ehrlich gesagt. Geht es jetzt um solche einzelnen Wörter? Das sehe ich. Es geht immer um einzelne Wörter. Ich meine, diese lustige Sabine Hossfelder oder so, so eine Physikerin, hat das auch mal beleuchtet, dass wir überhaupt nicht wissen, was jetzt das 5G mit den Menschen anrichtet durch die Strahlung auf lange Zeit. Ist das, okay, da muss ich... Die ist wirklich absolut versiert drinnen. Oh, sorry, da muss ich mich nochmal revidieren. Ist das denn wirklich so anders als jetzt 4G? Ich dachte, das wäre einfach nur schneller. Es ist das so, ist das so wie... Nee, du benutzt andere Frequenzen halt, andere Frequenzbänder. Aha. Die du vorher nicht für Datenübermittlung benutzt hast. Und da ist jetzt keiner... Es gibt jetzt keine Langzeitstudien sinngemäß, was das auf den Organismus auswirkt. Ja, weißt du was? Dann stimme nicht zu. Also eigentlich ist es mir letztlich eh ein bisschen egal. Neutral, also so wichtig ist es für mich ohne... Entschleunigung, Junge. Also neutral... Ah, lass neutral machen. Vielleicht können wir machen. Ja, werden Punkte jetzt für beide Seiten. Der Freistaat soll ausreisepflichtige Ausländer konsequent abschieben. Ja, sowas von. Stimmt so. Sag doch, du kriegst die entspannten Fragen. Ja, komm. Zack. In allen Kommunen sollen Kinder und Jugendliche verpflichtend bei Entscheidungen, die sie betreffen, einbezogen werden. Nein. Nee. Kinder und Jugendliche haben einen Scheiß mitzubestimmen. Ja. Wie, siehe Frage 1, die sind dumm. Sie sind ja nun mal unmündig. Siehe Frage 1, die sind dumm. Es ist nun mal so, ich war auch dumm als Jugendlicher und schon als Kind dreimal. Anwesend. Ja, habe ich keine Entscheidung zu treten. Das machen meine Eltern. So, stimme nicht zu. Zack. Ja. Der Freistaat soll sich für die Abschaffung des Rundfunkbeitrages einsetzen. Ich habe ja wirklich die leichten Sachen. Ja, natürlich. Stimme zu. Dann macht der Urban das. Das macht der. Jawohl. Der Freistaat soll sich dafür einsetzen, dass Innerorts Tempo 30 zur Regelgeschwindigkeit wird. Alter. Oh, nee, nee, nee. Nein, auf keinsten. Also, ich durfte jetzt ja des Öfteren sozusagen in Dresden abseits der Schnellstraßen mal durch die Stadt fahren. Mit 30 wäre das locker die dreifache Zeit, die da drauf geht. Auf jeden Fall. 30 ist schon langsam. Ist schon langsam, ja. Und vor allem, es ist ja sogar so, dass sich dann dadurch für mein Empfinden mehr Staus und so bilden. Also, kann sein, natürlich. Die Blechlawinen sind dann überall. Auf jeden Fall. Stimme nicht zu. Die Möglichkeiten, den Nationalpark Sächsische Schweiz touristisch zu nutzen, sollen erweitert werden. Es ist mir scheißegal. Also, ich stimme nicht zu. Ja, stimmt nicht zu. Also, einfach mal, ich komme aus der Gegend, du kannst doch überall dort langlaufen. Also, wo ist jetzt das Problem? Auf jeden Fall, wo ist das scheiß Problem, ja. Okay. Jetzt kommt der spannende Teil des Gewichtes hier. So, wollen wir das Gewichten? Ja, wie immer. Du bist ja Gewichtungsfäng. Okay. Ja, ja, ja. So, Braunkohle. Wir machen das auch ein bisschen schnell. Achso, genau. Wir kreuzen an, was uns wichtig ist. So, es kommen weiter. Und zwar alles mit Ausländern. Hier, die sieben Personenkontrollen. Angrenzen. Schack. Ich sage eigentlich auch die Vermögenssteuer. Das ist mir krass wichtig. Ja, aber da waren wir so im Distanzen. Ja, okay. Dann lassen wir es. Dann lassen wir es. Weiter, weiter. Nein. Oh, ja. Okay, okay, okay. Nein. Genau. Landesfonds, Förderschulen, Grunderwerbssteuer, Fraugurte, Wiederüberwachung. Hier Ende des Programms Welt auf Sachsen. Der linke Sumpf muss ausgetrocknet werden. In der Lobby, ja, nein. Ist mir nicht so wichtig, tatsächlich. Gebührenfreie Deutschkurse würde ich auch wichtig achten. Also, dass wir das nicht machen. So, Bildung, Stärkung des Verfassungsstückses, genau. Abschiebung natürlich, die 34, die ist auch sehr wichtig für uns. Abschaffung des Rundfondsbeitrags, die ist sehr wichtig. Ja, okay, da haben wir gute Sachen gewählt. Und jetzt Auswahl der Parteien. So, und dann nehmen wir wie immer alle her, ne? Alle, genau. Zack. Und jetzt sind wir gespannt. Bündnis Deutschland. 91 Prozent, okay. WU, was ist denn das? Werte Union, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Was haben wir noch falsch gemacht? Was haben wir falsch gehört? Die WU. Ich wusste nicht mal, dass es sie noch gibt, nach der Pleite des Storps, sage ich mal. Hey, aber guck mal, das ist ja verrückt. Also, der Abstand ist doch relativ groß von der Werte Union zur AfD. Was ist da passiert? Und vor allem Freie Sachsen vor AfD. Na gut, das ist irgendwo klar bei uns, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Auf die drei Prozent scheiß man am Ende. Ah, interessant, Werte Union, da haben wir doch so ähnlich argumentiert wie wir. Ja, oder ähnlich gestimmt. Aber ganz ehrlich. Vielleicht haben die jetzt richtig reingeschissen, nachdem die gemerkt haben, dass das Schiff säuft ab, dann lebt sie es ungeniert, so sinngemäß. Das Ding ist halt immer mit diesen Prozenten, am Ende geht es halt dann um irgendwelche Sachen von diesen 38 Fragen, die dir gar nicht so wichtig sind. Ich meine, klar, wir haben jetzt bestimmte Sachen mit Faktor 2 reingewichtet, aber halt nicht mit Faktor 5 oder was weiß ich. Zum Beispiel Werte Union, ich kann dir sagen, die werden in der Abschiebung in dem Thema nicht so hart sein wie die Freien Sachsen oder AfD. Das ist für mich nun mal Thema Nummer 1. Also, geh mal oben, Tuning. Das haben wir ja noch nie gemacht. Vielleicht machen wir das mal hier, Tuning. Kann man hier... Achso, ich dachte, man könnte jetzt hier in der Position noch krasser gewichten sogar. Ja, komm mal, komm mal vielleicht machen. Die Wichtung in Position ändern. Hier, von mal zwei auf mal fünf oder was? Achso, nee, guck mal, das wird dann nur neu gerechnet. Ja, okay. Nee, gut, dann lassen wir es so. Dann lassen wir es so. Brauchen sie jetzt auch nicht zu kompliziert machen. Aber wir können uns dann noch mal das Ergebnis weiter anschauen. Also, genau, Ergebnis. So. Was ich mal ganz gerne machen würde, ich scroll mal ganz fix. zurück, wenn wir jetzt die ganzen Gewichtungen mal rausnehmen, wie es dann aussieht. Das interessiert mich schon mal. Achso. Ging mal mal. Okay, okay. Ob dann die Werte Union immer noch... Ja. Ich glaube, da konnte ich mir nur einzeln... Egal. Ja. So, dann wieder alle. Ja. So, jetzt kommt... Ich denke, wir kommen nicht auf... Ach, das ändert ja fast gar nichts. Jetzt, guck mal, ein Prozent ändert das. Ja, das ändert ja gar nichts. Okay. Also, die Gewichtung ist ja anscheinend wirklich relativ egal, ne? So, wir schauen mal weiter. Werte Union, dann Freisachsen, AfD, ist klar, das sind ja unsere favorisierten Parteien. Bündnis C. Das sind die Christen, glaube ich, ja. Christen für Deutschland, genau wie AfD, selbe Prozente. Wahrscheinlich wegen den Schwangerschaftsabbrüchen. Ja, 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 ja. Dann Bündnis Deutschland. Die haben ja im Vorfeld besprochen, dass du meinst, die werden... U-Boot. Aber ich schätze sogar, ihr wurde 2022 gegründet. Also, es ist wirklich eine sehr neue Partei. Ja. Und wenn ich mir hier in Dresden die Dichte der Wahlplakate von denen ansehe, haben die viel zu viele für eine neue Partei. Also, jetzt korrigiere mich, aber bei der Europawahl habe ich nirgends wo ein Plakat von denen gesehen. Nee, gar nicht, das stimmt. Aber vielleicht, ich glaube, da sind die gar nicht angetreten. Ich glaube, da sind die gar nicht angetreten, oder? Möglich, möglich, ne? Aber die Dichte ist jetzt über den von den Freien Sachsen zum Beispiel. Ein Wahlplakat. Ja, gut. Wobei man dazu sagen muss, ja, Wahlplakate, finde ich... Ich tue da nicht mehr viel reinlesen, weil ich meine, zur letzten Bürgermeisterwahl, der Kandidat mit Abstand den meisten Plakaten, das war meiner Meinung nach der Markus Fuchs, der den Querdenker nahestand. Und der hat am Ende wie viel Prozent? Zwei oder so? Zwei Prozent bekommen, das stimmt. Ja, aber auch der Herr Fuchs würde sagen, dass die Dinger nicht billig sind. Ja, 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 ja. Aber ich meine nur... Ach so, du bist jetzt beim Thema Game. Na gut, egal. Also, Einfluss von den Dingern sehe ich nahe null, tatsächlich. Ja, auf jeden, auf jeden. Das haben wir noch. Freiwähler, Bürgersolidarität, Tierschutz hier. Tierschutz ist wichtig, die Basis. CDU. Gut, jetzt sind wir bei 60 Prozent hier. Ziemlich weit abgeschaut. Und darauf wollte ich jetzt hinaus. BSW, auch interessant, dass die schon sehr weit weg sind von den AfD-Positionen her. Also, und das finde ich tatsächlich, ist für mich so ein bisschen eine Weitpille. Also, man hätte ja sagen können, naja, wenn ganz weit oben BSW ist und AfD-Frei Sachsen, dass man sich dann halt vielleicht, weil man kackt, eher für BSW entscheiden würde. Aber die sind halt tatsächlich schon ziemlich weit weg von der AfD. Ja, du müsstest bei diesen ganzen Sozialfragen wahrscheinlich sagen, bin ich dafür oder mehr Steuer und so. Ja, und auch diese Fragen hier, Rassismusprogramm verpflichtend, könnte ich mir vorstellen, dass die sogar ja sagen. Mhm. Solche Sachen. Ich weiß, wir haben die V-Partei mit, Gott, das will. Dann SPD, ÖDP, Grüne, Die Linke, Piraten und ganz unten die Partei, logisch. Die Partei ist tatsächlich die linksextremste Partei, meiner Meinung nach, von Positionen her. Dass sie noch die Piraten ausstechen, hätte ich nicht erwartet, aber na gut. Ja, Die Linke sogar, ja. Gut. Ja, liebe Leute, lasst uns gerne teilhaben, was ihr so in den lustigen Wahl-O-Maten raus habt. Ich fand es erstaunlich unsäßig, also klar, mit dem Nationalpark und so und der A4, aber irgendwie ansonsten, das hätte auch der Europawahl-Wahl-O-Maten sein können. Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, der Normalbürger, der macht doch seine Stimme meiner Meinung nach gar nicht davon abhängig, wirklich von landespolitischen Themen. Ich bin der Meinung, die aller, allermeisten Bürger wählen das bei der Landtagswahl, was sie auch bei der Bundestagswahl wählen. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man mal untersuchen sollte. Also die Korrelation. Wahrscheinlich ist die sehr groß, ja. Müssen wir mal an Herrn Patzel fragen. Irgendwelche schlauen Politikwissenschaftler, da gibt es bestimmt Studien. Studie? Aber da sind wir besser dran. Ja, ich brauche keine Studienquelle, vertraue mir, Bruder. Well, der guckt diesen Podcast. Oder höre. Genau, dann, schreibt mir mal bitte, Leute, was ihr von der Vermögenssteuer haltet. Das hat mich doch sehr interessiert. Das war jetzt hier der größte Schock für mich. Also wir müssen das hier schon beenden, diesen Podcast-Lort. Es gibt gleich noch ein Aufgespräch. Ja, ja. Dann klären wir nochmal, ob wir weitermachen können. Ob das noch Sinn hat. Dann, ja, bis eventuell zur nächsten Folge. Ansonsten schaue ich mir die Tomaten von unten an demnächst. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.